Ok was nun? Haben wir ihn besiegt? Haben wir gewonnen! Wir sehen immer noch Zombies Ich seh noch ganz viel Gehobes zu holen Wow! Hier oben ist noch kein Zombie Und der Führer wird... Oh du Scheiße! Hey hier kommt immer wieder neue, wir brauchen Plan B oder sowas Rache Munition oder sowas wär geil Ich hab ne Landmine, ich hab ne Landmine Au! 2400 Punkte vor Ein Selbstmord Also ich würd euch empfehlen nach oben zu kommen Ja wie können wir denn den Geist besiegen? Egal Ritual oder sowas? Nein, oder? Weiß ich nicht, wenn ich jetzt hier hoch... Oh oh, jetzt komm... Oh oh, jetzt komm... 19 vor 1 Ah, dann hab ich schon, Franky's schon 19 Oh, das überbiete ich jetzt Wir haben von jetzt mal eine Granat Hierfür aufgehoben Einiger ist der Fall Suizid! Ml-Riener, sieh'r' und sieh'r' und sieh'r' und sieh'r' und sieh'r' Morse Code gehört, hat den auch gehört. Ja, ja. Ja, ich brauch Konzentration hier. Ich werd hier drüben irgendwo angebiebt. Mein Pager hier drüben, der biebt. Ja, ja. Das dauert so ein Morse Code jetzt. 30 Sekunden. Oh, oh. Guck mal, wir müssten halt die komische Fliege-Dinger kaputt machen noch. Bei dem Okkul-generalding, wie der heißt. Wie liegt denn da? Okkuls heißt das. Ja, stimmt, hier die Geister. Ja, eben. Oh nein. Oh. Ich hab die Geister weg. Sekunden noch. Liegt mit meinem Hintern in Dalus' Gesicht. Er lebt! Er lebt! Ja, ich schieß drauf. Können wir das retten? Nee, glaub ich nicht, dass die das können. Weil der Kies, der steht da oben und... Ich hab ihn getötet. Ich hab ihn getötet. Ja, ich bin eingängst. Ey, Mann, ich arbeite hier fürs Team, ja. Fürs Team? Du bist der einzige, der noch lebt. Für das Kollektiv. Ja, aber das bringt ja nix, wenn wir sterben. Wieder belegen. Ok, ich rette Fuzzi. Wo ist Fuzzi? Bei mir sind halt noch so 10 Zombies um mich rum. Sei froh, hier sind jetzt Skelette auch noch. Wo, 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 wo. Was? Skelette auch noch? Skelette hab ich so noch nie gesehen hier. Was? Ach du, wie kommen die Klappe hoch? Ja, ich bin oben. Ja, schon die ganze Zeit während ihr hier unten verbluten seid ungefähr. Oh, hier kommen wirklich Skelette. Oh Gott, kommen hier viele. Oh Gott, ich hab keine Chance. Die zerfleischen mich. Ohhhh. Ich hatte keine Chance, ich kam nicht runter. Kontrollpunkt neu starten. Ich musste Ego-Style machen, damit ich alle retten kann. Ja, konntest du ja nicht, weil Ego-Style beinhaltet nicht alle retten. Oh nein, wir sind wirklich in der... In der Brüche. Okay. Halt jetzt direkt auf die Geister schießen. Ja, direkt auf die Geister. Sonst kommen die Wellen, denke ich mal, unendlich. Ist das nicht nur ein Geist? Wir sind jetzt eigentlich alle Punkte weg. Wahrscheinlich. Ich war Dritter. Das kannst du nicht tappen oder so, ne? Nö. So, wo kommt der Geist? Wo ist der Geist? Jo. Knock, Knock. Ich bin unter dem Nebel. Oh, der Putzi liegt am Boden. Ja. Ich brauche Hilfe, ich bin auch. Ne. Man sollte nach oben gehen. Können wir schon nach oben? Klar. Weil ich glaube es besser ist, der Geister ins Ballon. Ja. Eigentlich müssten wir noch hier rechts von uns, kann so direkt hochgehen. Okay, die Stolpermine. 21 Gegner. Tja, Putzi, was sagst du nun? Tja. Das mache ich nachher locker kaputt. Das muss auf die Schädel schießen, um ihn rumfliegen. Ja, genau. Ah, gut. Ich dachte, ich muss auf den Geist schießen. Der rauskriegt. Und jetzt auf ihn drauf. Hinter euch sind noch welche. Ach so, ich habe keine Munition. Wow, 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 wow. Oh, ich habe einen Headshot bei dem Typen geschafft. Boah, jetzt sind es fünf. Okay, einer macht bitte die Geister. Ich mache hier die Zombies. Boah, die kommen ja an der Seite raus. Nur so... Ich treffe die gar nicht mehr. ...als Info. Ah, verdammt von der Munition. Ja, guck mal, hier kommen ganz, ganz viele. Boah, hier kommen richtig viele. Immer wenn der Join us riecht. So, 11 mit einer Kanate. Vielleicht auch nicht so schlecht. Oh, mein, der MP40 ist schon wieder leer. Oh Mann, es kommen richtig viele Skelette. Oh, ich bin wieder auf die Geister schießen. Ey, hier oben sind Munitionskissen, Leute, ne. Ich lieg' auf Minen und so. hier hinten hinterm hinterm Dalu-Card ich hab drei Skelette jetzt abgeballert drei Totenköpfe meine ich eine ist auch da alle jetzt auf den Führer okay wir kommen nach oben ich weiß auch mal ein bisschen Munition alter Skelette eine Million wow 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 der Führer gekippt in Runde drei aber der hält noch ein bisschen was aus oh die Skelette hauen mich gerade um oh man hier oben kommen sie jetzt auch und Skelette geben keine Munition aber wir stehen an einer Kiste ja aber ich brauch die gute Munition ach die brauch die auch aber das ist ein Spiel weiter nicht oh 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 ich hab wieder drei Skelette Köpfe da abgeschossen ja was sind nochmal drei noch zwei und da ist ein Führer der ist ein Führer oh shit oh shit nach unten gehen nach unten gehen es kommt ein Führer Funzi komm weg da die Kommune oh der hat mich abgeknallt der Führer hat mich erschossen so krass wegrennen das ist so verdammt unangenehm ich hol mal die von der Treppe weg das ist klar dann können wir wieder runter nein der macht nur einen Schlag der Führer ist rum Leute ich kann grad nicht helfen Funzi tut mir leid Führer komm mach dir das mal down dann ich hab dir noch 50 Sekunden wow 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 weg hier raus aus dem Gang der holt uns hier weg ja und von hinten kommen vielleicht noch Zombies oder so boah da kommt noch ein zweiter Führer da sagt bloß noch ein zweiter Führer doch aber bei mir sind grad so viele Zombies der Führer bleibt hängen haha der ist so fett zum durchkommen ach kacke ich wollte Funzi von anderen Seite rennen aber da sind ja die ganzen Zombies was kann ich hier tun passiert irgendwas der Führer da sollte man nie hin rennen der kann so stacheln aus dem Boden raus jagen ja aber äh da hinten ist der Führer und der oh ich hab ihn kaputt gemacht der eine Führer steht hier oben auch noch der eine Führer unten ist da ach so ach das steht auf der anderen Seite ok komm schon Führer der müssen noch ein paar Zombies der Führer da auch wie lange hat Funzi noch? 0 Sekunden oh nein können wir ihn gar nicht wieder belegen jetzt? nein der ist wieder im Safe Room der General hat nur noch einen Skull fliegen oder Moment mal ich hab ihn getroffen wo ist er? what? wow Achtung Kamikaze Heini ist oben bei uns Chris komm schon rüber ich renne ich renne ich renne ich renne ich renne ja hier ist grad niemand ok Kreis ok ok der Siko kann hallo schieß auf den General weiter der hat nicht mehr viel Leben hab ich ihn getötet? nächster Punkt oh nein noch eine Welle ok ist ja mal übel was zur Hölle geht hier vor? irgendwas wird hier ins Leben geholt geht hier weg geht hier weg geht hier weg auf die andere Seite schnell kann ich nicht dreschen sie auf mich ein oh hier auch alter können wir springen? ich hab keine Muni mehr ok was hab ich noch so dabei? ich hab ein Dynamit what? da ist ein Fuzzi die hängen noch bei mir dran ist ja auch mal geil 30 Sekunden bei mir wenn du mich wieder kreis ok was da los? oh nein ich bin runtergefallen von der Kack oh nein nur noch ich so du bist unten irgendwo wenn du unten ist kannst du dich gleich holen ok ich hole erstmal Kreis nicht weg ja zu zweit kriegen wir das glaube ich nicht mehr hin ah das kriegen wir hin kreis du und ich wir sind ein Russe und ein Amerikaner ich hätte noch eine Maschinenpistole ich könnte mit denen schnell die Köpfe weg machen ich hab keine Maschinenpistole bleiben da oben ein Kopf noch einer ach komm schon du musst nur auf eine Position ziehen du siehst schon immer den Schweif was der Kopf hat ja 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 ich bin dabei ich bin nächstes gleich bei euch jetzt schlägt er gleich zu ich hab ihn von den Händen kommen auch noch ein paar Feuer auf den Führer ich mach hier die Zombies ein bisschen Feuer auf den Führer mit meiner 400 mit der Knarre die nicht schießt ich brauch Munition ich brauch unbedingt oh nein der spawnt aber hier kann ich was looten oh ist der Kampf übel der ist sowas von übel ihr macht ihn auch noch zu zweit das ist etwas verrückt er hat er noch mal das Gelände bekommen oh nein der hat eine neue Armee beschworen boah was Jesus boah da war ein Baby Jesus Kamikaze hat mich erwischt komm schon guys I need you bro direkt die Munition wieder alle schlagen ich bin ich bin ist so Luthien Luthien ein paar wenn hier wenn es funktioniert wenn es funktioniert ne, da kommen schon nicht die Weile Achtung Tamagotchis Tamagotchis ich bin schon wieder geplatzt wegen den Tamagotchis Okay, okay, okay. Keine Panik. If we panic, we die. If we panic, we die. If we panic, we die. Oh, der hat eine Schippe. Der hat eine Ausbildung, das sehe ich doch sofort. Der hat eine Ausbildung, das ist ein Maurer. Okay, Kreis, gehen wir nach oben, holen uns Munition. Weiß nicht, also für die Karabiner habe ich noch. Ich weiß nicht, ob oben was für die Luga lag, glaube ich, nichts oben. Oder? Was ist hier los, was ist hier los? Oh, oh, Kamikaze. Wo? Unten, aua, Schippe, Kamikaze. Nein, 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 bitte. Wow, 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 wow. Gib mir das. Viel hat er nicht mehr. Das muss sein letztes Leben sein. Ich denke auch, irgendwann muss ja auch mal wieder gut sein. Wir denken immer, dass es das letzte ist. Da kommt noch mal eine Runde. Oh, der Brünschen, der lebt noch, er krampft der drüben. Entweder drei oder fünf. Versuche ich mich nicht wieder abzuschießen, weil es kommen immer wieder neue. Ja, wir müssen uns hier auf die Geister konzentrieren, aber es ist einfacher als gesagt. So gut. Einfacher als gesagt ist, dann habe ich. Komm schon, Baby. Okay, okay, die Lage sieht in Ordnung aus. Das sagst du, Al. Noch ein Schädel. Yes. Hinter dir gehst du. Wow, 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 wow. Ich häng fest. Reiß. Tritt ihn doch. Ah, ich habe Panik gekriegt. Ich wurde bedrängt, ja, unsittlich angefasst. Jods, if you panic, you die. In den Schädel ballern. Ich habe ihn. Oh man, Leute, ich habe ihn. Ich glaube, ich habe ihn besiegt. Ich bin Amerikaner. Ich habe einen Deutschen erschossen. So etwas gab es noch nie. Gehe uns oder so. Gehe. Wir sollen zum Altar oder so. Endlich, wir dürfen beten. Der will, dass wir heiraten. Oh je. Oh ja, Greis, wenigstens du. Die anderen werden mir schlimmer. Wiege Kistodien. Eingetragene Partnerschaft. Zum Glück. Zum Glück muss ich nicht Fuzzi oder Darlukat heiraten. Du bist so eine Frau in der Beziehung, ne? Quatsch, ich bin hier kernig. Guck, da sind wir wieder. Kommt ihr noch auf einmal hier, Frau, in Säcke. Wir lagen doch da am Boden rum. Ah, guck mal. We are waiting for you. Gullikreaturen. Nein, wir wissen alle, wer hier der Held ist. Also eindeutig Darlukat. Also es war ja peinlich. Nachdem ich tot war. Es war ja peinlich. Oh, aber Schwabenputz hat den längsten Schuss gemacht. Ja, da seht ihr, wer den längsten hat. Was habt ihr für eine Genauigkeit? 71. Ich habe sogar auch die zweithöchste Punkt. Ich habe 87. Ja, von wegen 105. In deinen Träumen. Gesamte Schussentfernung 1965 Meter. 1000? 1965 insgesamt. Also ich habe, Moment. Ich habe 6000. Ich habe 8100. Ich habe 11754. Wie lange habt ihr gespielt? Hä? Sie genau. Es ist der weiteste Schuss gewesen. Ne, gesamte Schussentfernung. Ach, das ist gesamt. Jetzt sehe ich es gerade. 11754. Wie viele Headshots habt ihr? Ähm... 134 Grad wahrscheinlich. 164. Ich habe 38. Da wurde noch gemogelt. Ja, per Fernrohr oder per... Ja, Scoped. Scoped Headshots. 164. Na gut, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und... Tschüss! 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 Tschüss!